Jetzt werde ich teleportiert, glaube ich. Das ist auf alle Falle ein Leidebildschirm. Ja. Dann kommst du schon hier. Da bist du. Ich seh dich, ich seh dich. Wow. Das bin ich. So, warte mal. Geh mal zu der Moller dahin. Warum bist denn du eine Tuse? Was ich mich zu der Tuse gemacht habe. Ich spiel mit den Vögeln. Schade, das geht nicht. Warte, wo bist denn du? Warte mal, ist das Mädel hier, auch bei dir da? Die Moller? Moller? Die da vorne. Mein Mool, Flaks, Box, Box. Hier stehen ein paar. Und du hast... Hier steckt was drin. Kannst du das auch ausnehmen? Nö. Okay, dann mach ich mal eben. Ich kann mit dir interagieren. Haha. Hier, Ed ist ein Freund. So. Send Whisper. Report Player. Ah, okay. Wo bist denn du hin? Ach da. Guck mal, ob du, äh, hier irgendwo. In der Nähe. Ob hier irgendwo eine Moller ist. Ja. Hier. Ja, klatsch. Richtig mal die Tuse. Klatsch die mal an. Ich klatsch die mal an. Wenn wir deine Scheiße in die Hand, dann klatsch die mal an. Was ist das denn? 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 Ich kann dich verstehen. Oh mein, ich bin kein Schieber. Was? Nein, nein. Seid mir. Ich zeige dir. Was ist das denn? So, ich muss dir jetzt hinterherlaufen. Dahin, wo wir eben gerade waren. Jetzt kann ich das Fisch aufnehmen. So, jetzt habe ich das. Jetzt drehe ich es nochmal mit der. Alles klar. Ich heiße Kain? Nein. Ist das so eine Art Gott in dem Spiel, oder was? Ja, so ähnlich. Save Brand. Jetzt müssen wir Brand retten, oder sowas noch. Ja. Komm mit. Ich komme. Auf dem Weg können wir, glaube ich, noch eine andere Quest aufnehmen. Coole Sache. Ja, nö. Hier ist Sergeant Sane. Der hat noch eine Quest für mich. Für mich auch. Sie. Complete Quest. Yay. Wall, ich habe doch nicht mal irgendwas gemacht. Ich auch nicht. Ich habe das Gespräch durch. Ich habe das Gespräch durch. Oh, hier liegt so eine Tuse. Oh, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe da erstmal was geklaut. Hä, hä. Kann ich das anziehen? What the fuck, mein Inventar ist ja schon mega voll. Equip. Was habe ich denn jetzt Geiles angezogen? Oh, Alter. Hast du das gesehen? Sieh dir mal die Rüstung an, die ich mir gerade angezogen habe. Das sind das Geiles. Kuchen. Warte mal, gib mir mal auf J. Ich habe die Därme. Was? J? J. Oh, Journal. Journal. Und dann guck mal eben, ob Hosen's Folly bei dir ausgewählt ist. Ja. Ne, jetzt ist es ausgewählt. Mit Rechtsklick und dann Set Focused. Ja. Gut. So, show on my map. What the fuck, es gibt eine Karte? Okay, gut. So, und jetzt? Ja, und jetzt? Kommst du? Ja. Ich habe eben geguckt, das ist bei uns beiden die gleiche Quest. Alter. Dein super kreativer Name, ey. Müssen wir hier reingehen? Wow. Hier ist was. Ich trage mich an. Was ist mit eurem Disguise los? Huh. What the fuck? Werde ich weggeklatscht hat. Hm. Können wir die Scheiße hier lesen? Die ich schon gelesen habe anscheinend. So. So. Weiter geht's. Wir klatschen, wenn wir alle Tüsen um die auf dem Weg sind. Pfff. So. Kann man sich eigentlich dann von dem Gold was Nices kaufen? Ja. Hey, ein Kätzchen. Das ist kein Kätzchen. Da. You're right. Was, was, was? Hier? Okay. Siehst du, das ist was ich. So. Alles nehmen. Also. Im Moment finde ich das Spiel interessant. Oh, was, was, was. Der liegt mit seinem. Der, der. Sie. Es liegt unter einem Stein. Ja, das kann gut sein. Sie hat einen Schnauzer. Okay. Read the note. Aha. Alter. So. Also es ist ja irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie sehr... Also. Oh, hier kann ich noch was durchsuchen. Snakeslime. Wo bist denn du eigentlich? Na, ich bin aus dem Haus wieder rausgegangen. Ach da. Du bist jetzt noch das letzte da. Was ich halt so hasse, weil... Nein. Das ist die dritte Notiz. Mega Leck. Okay. Ich nicht. Geil. Ich habe die Mission, glaube ich, jetzt. Turnpage. Bla, bla. Okay. Alles cool. So. Das hätte ich jetzt... Das wäre jetzt getan. Das habe ich auch gemacht. Und jetzt müssen wir da... In die Mine rein. So. Zwei Gold. Iron Curragh. Warte, ich gucke erstmal, was ich so alles in meinem Inventar habe. What the fuck? What the fuck? Wer, wer? Vorsicht hinter dir. Ich kann nichts machen. Ich kann einfach beide belegt. So. Alles nehmen. So. Ich habe so viel kranken... Kranken Shit in meinem Inventar. Was habe ich denn hier denn Schönes? So. Equip. Sehr schön. Guck dir mich an. Guck dir mich an. Ich bin wunderschön, oder? Warte. Dreh ich mal schön ins Feuer. Du hast einen... Schwanz. Ich weiß. Da. Siehst du? Ja, da stehe ich. Warte mal. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich rückwärts laufe? Mit dem Schwanz? Irgendwie unter... Ganz normal. Ja, ja. Oha. Krass, ne? What the fuck? Ich kann. Ich will auch. Warte mal, ich glaube, ich kann das. Ich kann so auf so eine Special-Attacke, oder? Ja, die müsste bei dir auf eins liegen, wahrscheinlich. Nö. Ich glaube, war das gleiche. Warte mal. Nö. Ich kann gar nichts machen. Dann geh mal. Muss ich vielleicht noch was lernen, oder sowas? Äh, ich helfe dir mal, ne? Ui. Uh, Iron Sword. So, alles nehmen, bitte. Äh, First Person finde ich irgendwie besser. Okay, gut. Äh, ich... Wir kommen gar nicht dazu, sein ganzes Invertaso. Ach, man kann Sachen lernen. Ja. Geben wir für den Special-Attacking auf. Oh, glaub ich, glaub ich nicht. Ja, für den Special-Attacking auf. Warte. Ich hab grad, glaub ich, außerdem andere Missionen angenommen. Äh. So. Geben wir auf C, eben. Auf C? Auf C, ja. Aha. Boah, ich hab... Ich kann ja irgendwie alles so updaten, sehe ich gerade. Ja, dann kannst du deine Attribute, Magika, Leben und Ausdauer. Mhm. Also, für Krieger ist Leben und Ausdauer wichtig. Okay, also Stamia und Health. Genau. Ähm, und jetzt? Wenn du das... Da gehst du auf Plus Plus, ne? Auf Plus. Ja, hab ich. Und dann E. Ja. Und dann müsstest du jetzt rüber zu Skills. Ach, Skills gibt's auch noch. Ja. Junk. Ach, Quick Slots hab ich grad gefunden. Da kann ich Slip of Stamia. Ich mach einfach nochmal alles rein in meine Quick Slots. Au! Halt's Maul. Alter. Warte, das Verlust steht, kann sich jetzt nicht mehr bewegen. Geh mal weg von ihm. Na doch nicht. Aber wenn du bei C bist, oder du kannst auch gleich K drücken. K. Oh, Tatsache. Characterskills. Und dann kannst du jetzt... Unlock. Sehr schön. Boah, ich kann ja richtig viel anlocken. Okay, probier mal was. Goll. Was war das denn? Ich hab den irgendwie mit so einer Kette irgendwie... angemacht. Ja, ich hab das schon. Goll. So, ich... Weapon. Was gibt's da denn alles? Destruction stuff. Klaas. Starcalling. Ich hab schon drei Sonderattacken, sehe ich gerade. So, der hat ja so ein bisschen anleumt mit den Attacken. Finde ich. Das reicht, das ist ein bisschen... Lollig. Der war gut. Sag mal nicht. Ach, das ist ja... Da war noch jemand. Ist das ein Gegner? Nö. Warum haben die eigentlich so Kätzchen? Uh, ich kann wieder was lernen. Krass, Mann. Ich hab einen neuen Stab. Du... What the fuck? Was war das denn? Bist du das überhaupt? Warte, wirst du denn, du? Ach, da hinten bist du. Hehe. Wo? Oh. Oh. Alter, du... Ficker. Oh, was hast du denn jetzt für... Was ist? Du weißt ja, wie leicht ist. Ich weiß. Du leuchtest. Ich glaub, ich hab irgendwie so ein Power-Ding aktiviert. Lass mal jetzt mal weitermachen mit der Quest. Wo, wo, wo bist denn du? Hier bin ich. Warte, warte, warte. Da bist du... Okay. Du hast doch einen Pfeil über dem Kopf. Also, ich hab einen Pfeil bei dir im Kopf. Oder sollte er ihn haben. Ja. Jetzt gehen wir hier rein. Cool. Get lost! Blablabla.